nein so unter äh 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 naa äh 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 ethanol so bottle of ethanol ethanol, so, sugarcane, melons, apple, apple kriegen wir ja sowieso ne? kriegen wir davon aber auch genug oder sollten wir lieber eine kartoffel farben machen mach mal dazu noch mal ich glaube da können wir bis extra farmen zu machen so ach shit sugarcane melons apple und potatoes ach nein plant plant oil pumpkin seeds industrieller hamsamen bringt innerhalb von 80 tics und das meiste öl schon irgendwie merkwürdig warte mal melanzi die müssten dann verarbeitet werden kommen aus millionen in das zormel ja geil bestimmt ich glaube ich mache kartoffeln und seeds ich glaube das ist immer noch am einfachsten das heißt wir müssen weizen und kartoffeln anbauen und mit einem harvester abfarmen und das dann in die spiezer und fermenter packen und das dann in den generator so das heißt aber wir können uns am besten eine komplette generator in generator insel ich glaube ich habe unsere generator insel gerade gefunden alles klar da sind die dinger hier leise ich höre eigentlich fast nur mich selbst da ach wozu überhaupt drei ja egal kann man bestimmt gebrauchen so holz und eine schaufel alles klar so dann gehen wir mal darüber aber vielleicht auch direkt mal gucken dass alles schön ausgeleuchtet ist und dann fangen wir mal an zu buddeln damit hätten wir das eigentlich auch geschafft jetzt haben wir zumindest schon mal eine ganz halbwegs an dem bach doch mal schnell ebene würde ich zumindest sagen das können wir alles hier in naher zukunft noch ein bisschen ein ebnen ich weiß gar nicht was habe ich hier überhaupt gemacht hatte ich glaube ich hatte ich irgendwann mal am anfang aber gesucht oder so ich weiß schon gar nicht mehr so das wächst dann alles wieder schön zu alles irgendwie von creepern zerplatzt aber gut das macht ja nichts das kann ja alles wieder schön zuwachsen und dann können wir hier nämlich unsere unser kleines hütchen ja das gold brauche ich jetzt auch nicht mehr abzubauen unser kleines hütchen aufbauen oder unsere fabrik aufzubauen wo dann unsere generatoren stehen damit wir endlich mal ein wenig mehr strom produzieren denn der ist entscheidend zu wenig wir kriegen so gerade eben alles versorgt aber so gerade eben alles versorgen reicht einfach nicht ich will mehr ich will ich will strom im überfluss haben dass wir so richtig schön raus ballern können und ich verstehe gar nicht warum ich das jetzt gerade hier in der folge machte so was so was gehört in stream so hier schön alles aufsammeln weil ich auch nicht verstehe warum ich das tue weg gab es dann haben wir ja wohl mehr als genug ich habe schon wieder nichts zu futtern mit warum tue ich eigentlich immer die äpfel weg verstehe es nicht so engineers manual haben wir hier high voltage thermo electric current transformer breaker switch hat der überhaupt irgendeinen sinn glaubt nicht construction power wires generator tools und simple machines nicht heavy machinery excavator und also ein eckes auf modernen eben tick ab minerals von wains fenomen mining return however 6 meter ist 16.000 11 nice argwörner es bleibt äh assembler ok ich will biodiesel ok gut und wie bauen wir die auf ok 9x9 light engineering blocks und dann bei dem einen die fermenter und bei dem anderen die anderen dinge dazwischen können wir eigentlich auch 80 millibuckets bei beidem ist ja eigentlich furzegal ach die die refinery ja stimmt genau in der wird dann der biodiesel gemacht brauchen wir light engineering blöcke und diese komischen dinger da mhm ok gut dann würde ich sagen gehen wir mal zurück und fangen mal an zu basteln achja ich kann ja 2 hoch springen Blöd. Ne, 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 ne. Nein, nein. Jetzt sind das schon die ersten Kacke. Ja, okay, gut. Pech gehabt. Dann müssen wir gleich nochmal bei Tag dahin. Oh, wie dämlich. Warum habe ich die Fackel nicht wieder gesetzt? Oh, erstmal wieder vernünftig hinsetzen. So. Hm. Das müsste ich eigentlich auch mal aufs Screen aussortieren. Das ist ja schlimm, ey. Ne, ne, nein. Nicht einsammeln, weg damit. Weg, 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 weg. So. Wir brauchen einmal... Fermenter. Dazu brauchen wir Eisen. Eisen Mechanical Component und Lapis. So. Wir brauchen neun Stück davon. 4, 5, 4, 8, 5. Also wir brauchen auf jeden Fall schon mal... Kappa. Nehmen wir ein Stack mit. Eisen nehmen wir zwei Stack mit. Okay. Dann brauchen wir... Cobblestone. Cobblestone. Und Redstone. Und Brut und Lapis. Ähm... So. Fermenter, Pistons. 6. Nein. Machen wir mal 10. So. Dann haben wir 6. Das reicht nicht. So. Jetzt? Jetzt haben wir 10. Gut. Wunderbar. Fermenter haben wir. Ähm... Das andere war... Squeezer. Mit... Äh... Kaktusgrün. Ach. Warte mal, brauchen wir auch neun? Also brauchen wir neun Kaktusgrün. Wir hatten irgendwo Kaktusgrün. Kommt schon. Ich weiß, wir hatten Kaktusgrün. Geht mir Kaktusgrün. Ah, warte mal. Vielleicht... Kann das doch rüber? Wollen wir das brauchen? Ähm... Mal eben gucken. Was kann weg? Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Tearrods. Kann weg. Schön. Wieder aufgeräumt. Nice. Ach. Jetzt hab ich schon wieder das Essen vergessen. Komm. Essen. So. Nein. Nein, 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 nein. Essen. Lecker. Man, 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 man. Lecker. Erbser. So. Komm. Würden wir da eigentlich... Nein. Will ich, glaube ich, lieber nicht riskieren. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. So, haben wir hier jetzt noch Kaktusgrün drin. Ansonsten nehme ich einfach Bauenmehl und mache mir welches. Stimmt. Die hatten wir ja auch noch. Okay, ich nehme mir ja Frauenmehl und mache mir welches. Hm, 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 hm. So, jetzt haben wir schon sechs. Sieben. Und neun. Wunderbar. Hm, keine Ahnung. Okay, gut. So, jetzt brauchen wir... Davon brauchen wir wieder zehn Stück. Was ist das denn jetzt? Warum? Ach, Redstone. Komm schon. So. Nein, so nicht. Piston. Redstone. Davon brauchen wir zehn. Was fehlt uns jetzt? Cobblestone, oder was? Fehlt uns jetzt ernsthaft? Cobblestone? Ach ja. Haben wir das abgelegt? Nee, ne? Nein, ich glaube nicht. Okay, gut, dann gehen wir nochmal... Äh, gehen wir nochmal zurück. Komm, Cobblestone, Cobblestone. So. Da haben wir Cobblestone. Und jetzt. Pistons. Ah, eins, zwei, drei, vier. Brauchen wir zehn Stück. So, davon brauchen wir... Äh, nein. Zehn Stück. Jetzt haben wir kein Eisen mehr. Geil. Ach. Ich hätte mehr Eisen mitnehmen sollen. So, noch ein Stack Eisen. Ähm, da. So, Squeezer. Und... Zehn. Geil. Wir haben den... Schau mal auf hier. So. Wir haben den Fermenter. Wir haben... Ja, ein Ingott. Genau. Den Squeezer. Jetzt brauchen wir noch... Re... 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 Nicht vom BC Factory. Light Engineering Blocks brauchen wir. Light Engineering Blocks. Ach, noch mehr von diesen Dingern. Alter. Okay, gut. Ähm... Dreizehn? Echt? Mehr haben wir echt nicht. So. Wir gehen noch mal ein bisschen Kapper. Noch ein bisschen Iron holen. Ach ja. Ich sag ja, wir brauchen so ein... Eigentlich bräuchten wir ein MW-System. Das ist ja... Ist ja schlimm hier. So. So. Und so. Zack. Haben wir genug von. Zack. 62 Light Engineering. Jetzt wird geklotzt und nicht gekleckert. So. Und jetzt brauchen wir noch diese komischen Frames. Äh... Immersive Engineering. Wo sind die Frames? Hallo? Da. Steel. Scuff Folding. Echt? Warte. Ich guck noch mal nach. Lieber. Okay. So. Dafür brauchen wir... Schon mal. Das sind 18 von der Light Engineering. Ne? Ne. Heavy Machinery. Biodiesel. 19 Light Engineering Blocks. Wieso 19? Ach so. Einer in der Mitte. Okay. Auch dann. Äh... Super. Dann habe ich von jedem 2 zu viel gemacht. Och. Scheiße. Ja. Egal. Und der braucht... Auch nochmal 19 Light Engineering Blocks. So. Und der braucht... Ja. 6 Light Engineering Blocks. 8 Steel Scaffolding. Ähm... Wo ist es? Da. Steel Scaffolding. Es ist Scaffolding. Ja gut. 1, 2, 3, 4. So. Machen wir das so. So nicht. So. Dann haben wir... viel zu wenig. Geil. Was kriegen wir damit hin? 6. Das ist zu wenig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.